Drei Hörbuchaufträge in nur elf Tagen nach Start unserer Ausbildung. Ich sitze hier heute mit Julius Feentrich und eigentlich bin ich ja der Moderator. Er ist aber noch mehr Moderator als ich, weil er hat das gelernt. Julius, erstmal schön, dass du da bist. Patrick, ich freue mich sehr. Schön, hier zu sein in Worms. Man hört schon, die Stimme, die ist einfach clean, die ist crisp. Du bist Sänger, du bist Moderator, du bist vom Fach, kann man sagen. Gesprochen hast du vorher aber noch nicht. Nein, ich habe aber immer schon richtig viel mit der Stimme gearbeitet. Also das Kind immer schon irgendwelche Sachen nachgemacht. Udo Lindenberg und alles, Kör mit den Frosch, alles imitiert immer irgendwelche Comic-Sachen. Ich bin so ein Kind, was echt viel Kinderfernsehen geguckt hat, aber mit Begeisterung. Also ich habe total für die Stimme schon immer so ein Gefühl gehabt. Das heißt, du bist quasi mit so einer Affinität groß geworden. Hey, irgendwie in die Richtung kann man was machen. Dann hast du wahrscheinlich auch schon sehr früh angefangen zu singen im Kindesalter. Ja, im Kindesalter gar nicht so viel. Mehr dann, als ich aus dem Sturmbruchhaus war. Genau, nochmal für die Kamera jetzt. Wie alt bist du? 22. Der Julius ist 22, also auch noch selber sehr, sehr jung. Die meisten unserer Teilnehmer sind ein Stück älter. Die sind 30, 40, teilweise 50 Jahre alt. Du lebst aber mittlerweile ja auch davon, zu moderieren, zu singen und so weiter. Also du bist bereits selbstständig, das ist korrekt, ja? Ich bin seit jetzt mittlerweile fast vier Jahren selbstständig, genau, richtig. Fangen wir mal ganz, ganz vorne an. Bevor wir darauf eingehen, wie du zu den drei Hörbuchaufträgen so schnell gekommen bist. Weil ja auch bestimmt viele Teilnehmer von uns hier zuschauen und wissen wollen, hey, wie hat der Julius das geschafft. Was hast du denn komplett vorher gemacht? Weil du warst ja auch irgendwann mal noch Schüler. Genau, also erstmal, ich habe durch familiäre Hintergründe schon immer eine ganz enge Affinität zur Musik, zum Entertainment gehabt. Ich war schon immer so der Typ aus der Familie, der ein bisschen abgedreht war. Nicht im negativen Sinne, sondern ich habe immer so Marionetten nachgemacht und von der Augsburger Kuppenkiste, Jim Knopf, immer so getan, als wäre ich da irgendwie der Fotograf. Habe immer irgendwie im Mittelpunkt gestanden, auch in der Schule, immer auf der Bühne gewesen, immer hinter Mikrofonen, immer vor der Kamera. Also ich bin einfach im Entertainment zu Hause. Das ist 100 Prozent mein Ding. Dann habe ich mit 16 oder 17, weil ich ursprünglich habe ich es eigentlich nur gemacht, weil ich einen Motorradführerschein machen wollte. Durfte ich dann aber gar nicht. Ich habe Straßenmusik gemacht und da habe ich angefangen, auch überhaupt erst mal singen zu lernen, mit 16, 17 richtig zu lernen. Weil die Leute, du kriegst direkt das Feedback, gehen an dir vorbei und entweder machen die alten Leute so, mach aus, oder die sagen halt, ey, voll cool, mag ich. Und genau, damit habe ich dann meinen Führerschein finanziert, das war super cool und habe dann angefangen, Instagram-Cover zu machen. Darüber wurde ich dann entdeckt, kann man sagen, habe einen Plattenfahrtag gekriegt, mit 19 war das dann. Und habe drei Jahre professionell jetzt mittlerweile als Musiker gearbeitet, Deutschland-Touren gemacht, in einem Stadion gespielt, vor 12.000 Leuten. Etliche Fernsehberichte gehabt von diversen Sendern. Wirklich ziemlich, ziemlich cool und genau. Das hat man auch gesehen, du warst ja auch, wenn man das sagen darf, bei Brit in der Sendung. Ja, genau, dürfen wir das sagen, die Sendungen. Super, das hat man auch gesehen bei dir auf Instagram. Das heißt, du warst ja richtig im Fernsehen, in diesem ganzen Mediengeschäft auf einmal dann drin. Und das schon mit so jungen Jahren. Das ist natürlich super crazy. Jetzt sitzt du heute hier und bist irgendwie mit allen Medienwassern gewaschen. Das heißt, vom Singen bis hin zum, keine Ahnung, am Ende kannst du auch noch tanzen. Und mit einem Motocross durch einen brennenden Reifen springen, wer weiß. Aber wie kam es jetzt zu der Sprechersache? Also ich habe immer schon das Bedürfnis gehabt, seitdem ich wirklich selbstständig war, mit der Stimme auch zu arbeiten. Ich spreche sehr gerne. Ich mag auch tatsächlich, es klingt egoistisch oder selbstverliebt. Ich finde, es ist gut, einen gesunden Egoismus zu haben. Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen. Ich mag meine Stimme auch. Also ich höre da auch gerne mal zu, wenn ich Sprachaufnahmen mache oder wenn ich Sprachnachrichten mache. Manchmal denke ich es einfach und denke so, ja, ich kann mir gut forschen, dass ich ein Hörbuch einsprechen könnte. Da habe ich auch schon mal vor ein paar Jahren so gedacht. Es gab da mal gewisse Faktoren, die mich dann auch gebremst haben in der Vergangenheit. Auch natürlich der Respekt davor, wie das funktioniert. Ich habe dann letztes Jahr im Oktober angefangen, selber irgendwelche Karteien anzuschreiben, Hörproben gemacht, Hörspielproben. Hörspiel finde ich auch super spannend, will ich unbedingt noch rein. Gemacht, war alles aber semi-erfolgreich. Preachen wir ja auch genau so, das bringen wir ja auch bei. Karteien und Agenturen bringen nicht viel. Dann war ich tatsächlich, falls ich das sagen darf, zu einem Gespräch bei einer gewissen Akademie. Die pleite gegangen ist. Das darf man durchaus sagen. Also du warst bei der Deutschen Pop. Genau. Darüber waren wir auch im Deutschlandradio. Da wurde ich interviewt und um meine Meinung gebeten. Das Video jetzt hier hat nichts mit der Pop zu tun. Da kann jeder darüber denken, was er will. Die sind auf jeden Fall pleite. Und bei denen warst du dann? Ich war da zum Beratungsgespräch einfach unverbindlich in Hannover. Ach krass. Also richtig in der Akademie drin. Ich war da im Gebäude. Ach krass. Genau, habe ich vorhin auch vergessen zu erzählen. Ich war da drin und habe gesagt, hey, ich will ein Sprecher werden. Die machen ja Synchronsprecherausbildung. Haben sie gemacht. Haben sie gemacht. Richtig, Vergangenheitsform. Ja. So, ich habe mich da von Anfang an lange nicht so wohl gefühlt wie hier. Punkt eins. Punkt zwei, es kam mir irgendwie alles sehr merkwürdig vor. Ich bin ein sehr begeisterungsfähiger Mensch. Ich lasse es dann immer ein paar Tage abflachen. Also am Anfang Begeisterung war natürlich groß. Weil die haben da auch coole Studios mit seiner Booth und so einem extra Raum und so. Alles ganz cool gewesen. Gehabt, aber ja, die haben mir halt gesagt, ja und die Dozenten, die kümmern sich um dich und da passiert dies und das und halt mega aufgebauscht. Jetzt habe ich aber herausgefunden, weil ja vor ein paar Wochen erst dieser Artikel erschienen ist, diesen Pleite, dass zu dem Zeitpunkt, wo ich dort war, die Dozenten schon gar nicht mehr bezahlt werden konnten. Krass. Aber ja, da bin ich halt auf euch gestoßen und da bin ich happy mit. Und wie kam es dann dazu? Das heißt, du bist dann quasi gegangen und hast dann gegoogelt oder hast Werbung von uns bekommen oder wie kam es dazu? Ich habe Sprecherausbildung einfach eingegeben, genau. Okay, dann kamen wir. Es kamen ja bestimmt auch noch andere Angebote. Warum bist du auch bei uns hängen geblieben? Ich kann es nicht mehr genau sagen. Das Gesamtkonzept fand ich cool. Also es wirkte einfach jung, es wirkte frisch, es wirkte sehr ansprechend. Und ich bin jemand, ich habe aufgrund meiner Erfahrung, die zwar nur drei Jahre sind, aber da habe ich sehr viel erlebt, eine sehr gute Menschkenntnis einfach entwickelt. Und ich hatte direkt das Gefühl, schon beim Beratungsgespräch, hier ist was, es ist mir egal, wie teuer es ist, es mir egal, wie lange es dauert, ich will es machen. Da habe ich ein gewisses Grundvertrauen gehabt. Und ja, das war auf jeden Fall die goldrichtige Entscheidung. Du hattest das Beratungsgespräch mit dem Tom. Genau, richtig. Mit dem Tom Rausch. War auch sehr witzig. Strategie war bei uns, der hat auch von dir erzählt gehabt tatsächlich. Ja, klar, weil ich meine, du hast auch eine coole Story, ne? Ja. Okay, krass. Die normalen Teilnehmer von uns sind nicht Stadionsänger, die irgendwie da vor 10.000 Leuten singen, sondern das sind einfach Leute, die eine coole Stimme haben, aus einem normalen Job kommen und dann hierher kommen und plötzlich ein Hörbuch sprechen. Klar haben wir auch einige Teilnehmer, wir haben auch Interviews gemacht mit dem Tobias Regner, der ist der SDS-Gewinner. Also das gibt es schon, aber selten, ne? Ja. So, und dann hast du dich bei uns eingetragen, du hattest das Beratungsgespräch, du hast gesagt, ey, Jungs, los geht's. Und elf Tage später drei Hörbuchzusagen. Das fand ich so absurd. Ich hab zu Chiara, Chiara Volland, die bei uns diese Interviews ausmacht, auch mit dir dann eben ausgemacht hat, hab ich gesagt, echt, prüf das mal nach. Und wir prüfen eh jedes Interview, ne? Und dann hat sie das bei dir doppelt gecheckt und du hast alles nochmal nachgewiesen, die ganzen Zusagen etc. Und jetzt darfst du da Sachen einsprechen. Jetzt mal für die Leute, die jetzt hier zuschauen, das ist nicht die Norm, ihr müsst nicht hierher kommen und werdet dann von mir ausgepeitscht und ich komme, Julius, jetzt mach ich ja dein Hörbuch. Doch. Nicht vor der Kamera, hab ich gesagt. Nein. Also, das ist nicht Pflicht. Also, ihr habt genügend Zeit, das Ganze ganz entspannt zu machen. Aber du warst so ein Gestörter, du hast das komplett durchgezogen. Ja, das Ding ist, auch für alle, die jetzt zugucken. Also, ich selber hab halt schon unfassbar viel Vorwissen gehabt im Bereich Schnitt, im Bereich Equipment und Software. Du musstest das gar nicht mehr groß lernen, ne? Ich hab den Teil angeschaut, da waren auch wichtige Tipps drin. Ich hab's tatsächlich auf doppelter Geschwindigkeit gemacht. Einfach, weil ich halt wusste, okay, schneiden kann ich. Ich hab ein Album, etliche Singles produziert im Studio, hunderte Stunden schon im Studio verbracht. Das muss man jetzt nicht beibringen, ne? Deswegen ist auch ein Grund, warum es so schnell ging, glaub ich. Ja, das glaub ich auch. Ja, ich hab im Grunde bereits nach sechs Tagen angefangen, Autoren anzuschreiben. So wie wir das halt im Training erklären, die Akquise zu machen. Und hab auch dann direkt die ersten Antworten schon bekommen. Also, es war Wahnsinn. Das Feedback war super. Das war auch schon so, dass ich in meiner Heimatstadt Hameln selber schon Kontakt tatsächlich hatte zu einem Verlag, wo ich dann auch direkt im Grunde reingerutscht bin, weil die direkt gesagt haben, ey, das klingt so cool. Und das machen wir direkt, ne? Aber diese Aufträge kamen ja dann hauptsächlich auch durch die Akquise, wie gesagt, die wir halt erklären. Klar bist du bestimmt da auch gut vernetzt, aber im Endeffekt, wenn man selber da Hand anlegen kann und sagen kann, okay, ich melde mich bei den Leuten. Du hast ja dann quasi von uns auch eine Vorlage bekommen für die E-Mail. Genau. Und hast die für dich halt dann umgeschrieben und quasi die Leute kontaktiert. Jetzt hast du da Zusagen bekommen. Und was ich auch sehr, sehr cool fand, da waren wir ja vorhin kurz essen, da hast du erzählt, es gab eine Autorin, die war total überrascht, dass du die gefunden hast. Weil wir müssen ja die Leute auch kontaktieren. Und du hast eine Stunde rumrecherchiert, wie die Autorin die Kontaktdaten sehen, damit du deine E-Mail schreiben kannst. Genau. Ich bin so ein Typ, ich sage halt immer wirklich ganz oder gar nicht. Also ich habe jetzt ja die Situation, dass ich mehrere Sachen gleichzeitig mache. Ich habe ein eigenes Café noch mit der Familie zusammen, was ich führe in Hameln. Ich habe die Musik, die nebenbei läuft, wo ich auch einen großen Fokus auf sprechen. Also im Grunde drei Dinge, auf die ich meinen Fokus aufteile. Und da muss man halt sehr gut gucken, wie organisiert man das. Und deswegen sage ich halt, in jedes stecke ich 100 Prozent. Jetzt sagen manche, das geht gar nicht. Doch, das geht, wenn es gut organisiert ist. Also ich wollte unbedingt dieses Buch einsprechen. Und ich fand das so cool, das Thema. Und dann habe ich halt einfach wirklich geguckt, um zehn Ecken recherchiert, nicht aufgegeben. Und das ist auch dieser Kern. Man darf nicht aufgeben. Es gibt in jedem Beruf diese Höhen und Tiefen. Und hier gibt es auch in der Sprecherausbildung, auch im Sprecherberuf. Man kriegt Absagen, es ist völlig normal. Und von 100 Autoren antworten vielleicht auch mal 80 einfach gar nicht. Auch bei Nachtelefonieren nicht. Das ist halt einfach so. Das passiert. Aber dafür hast du ja dann quasi genug Gas gegeben, dass du dann eben auch die Zusagen bekommen hast. Weil viele, die denken dann irgendwie, die finden jemanden nicht. Und sagen dann, hey, hier, der Autor ist voll schwer zu finden. Und ich finde die Adressdaten nicht. Wenn man da direkt einfach weitermacht und nicht aufgibt, dann gibt es durchaus irgendwo mal irgendwelche Ecken. Ja. Und die hast du dann gehabt. Du hast die dann eben auch angeschrieben, kontaktiert. Die fand das cool. Die hat dir gesagt, hey, los geht's. Was darfst du da genau einsprechen? Was sind das für Themen? Da geht es erstmal um eine Hundegeschichte. Also das eine Buch ist eine Hundegeschichte. Da geht es eben um das Coaching von Hundebesitzern im Grunde und wie man mit Hunden umgehen sollte. Ich habe auch mal einen Ratgeber gemacht über Welpenerziehung. Das war eines meiner erfolgreichsten Bücher sogar. Cool. Geil. Also kann sein, dass deines auch gut durch die Decke geht dann. Ja, Mensch. Ist das ein Royalty-Share oder lässt du dich pauschal bezahlen? In dem Fall wird das ein Royalty-Share sein. Genau. Also quasi 50-50 mit dem Autor. Richtig. Ja. Cool. Und das andere ist über Narzissmus. Und das ist PFH bezahlen? Das ist in dem Fall dann jetzt PFH, ja. Okay, das heißt, du kriegst quasi eine pauschale Summe für das Hörbuch. Willst du sagen, wie viel du da kriegst? Das sind jetzt im meisten 550 Euro erstmal. Pro fertiger Audio-Stuff. Richtig, ja. Das heißt, wenn das Hörbuch dann ein paar Stunden geht, mal 150 Euro, dann ist das halt aufaddiert. Richtig, genau. Du hast ja aber vorher noch nie ein Hörbuch gemacht. Ja. Okay, jetzt hast du vorher aber nur Songs produziert. Aber ich meine, der Julius, der war eben so, ja, du hast ja eben auch so sehr selbstbewusst gesagt, hey, hier, ich habe schon hunderte Stunden im Studio verbracht und sowas super cooles. Was natürlich viele, die sich das jetzt anschauen, nicht gemacht haben. Ihr kriegt es trotzdem super einfach beigebracht, keine Sorge. Jetzt hast du Songs produziert. Du hast mir vorhin auch ein Lied von dir gezeigt. Das war super cool. Und auch sehr, sehr gut produziert übrigens. Dankeschön. Sprechen, das geht ja mehrere Stunden. Hast du da krass irgendwie viel Respekt davor oder geht das? Nein. Man wächst mit seinen Aufgaben. Ich glaube, dass es in der Hörbuchproduktion mit Sicherheit Stellen gibt, wo man sehr genervt manchmal auch ist, weil man einfach auch tagesformabhängig, auch als Sänger, auch als Sprecher einen Moment hat, wo man das einfach nicht hinkriegt, wo man immer wieder die gleiche Stelle verkackt. Und das ist ja auch in der Ausbildung so. Man muss natürlich, was super viel Spaß macht, sehr viele Hörproben auch aufnehmen, die bewertet werden. Da habe ich halt auch schon echt mich da gut reingefuchst, in diese Routine. Man kommt ja in so ein Ding. Ich belege mir die Maus dann halt mit Shortcuts, dass ich halt schnell cutten kann, dass ich schnell löschen kann und so heranschieben kann, etc. Das ist halt, wenn der Workflow erstmal da ist, ziemlich easy geworden. Und es wird auch einfach eine Neuerfahrung. Aber dieses Akribische immer wieder und wirklich stundenlang, bis es geil ist, das kenne ich halt schon. Deswegen glaube ich, ist es grundsätzlich nicht wirklich was anderes. Jetzt hast du vorhin erzählt, deine Freundin ist ja auch viel unterwegs und du hast jetzt selber überlegt, bald hast du ein neues Auto, damit quasi ein bisschen auf Reisen zu gehen. Wie nimmst du aktuell auf und wie hast du das in Zukunft vor? Also aktuell nehme ich in meinem Heimstudio auf. Da habe ich jetzt, das ist voll mit Vorhängen, da ist Teppich drin. Da arbeite ich schon seit sieben Jahren tatsächlich, seitdem ich ein Jugendlicher bin. Da habe ich früher mal eine Bandprobe gemacht mit der Schulband und dann umgebaut zu einem richtigen Studio. Ich will da auch weiterhin arbeiten. Ich plane aber trotzdem jetzt gerade, auch von unterwegs aus halt besser arbeiten zu können. Also einfach von unterwegs aus. Das Auto hat lustigerweise eine Steckdose, eine richtige. Da könnte ich theoretisch auf der Rückbank sitzen und einfach von unterwegs aus am Meer parken. Und aufnehmen. Mit Blick auf eine Bucht und da einfach aufnehmen. Ja. Geht. Also Autos sind ja auch meistens akustisch gut gemacht, damit halt auch Musik gut klingt, man sich unterhalten kann und so weiter. Voll. Und schneiden kannst du da auch? Überall. Ja. Ich schneide teilweise einfach auch irgendwie beim Chargen oder sonst wo. Also klar. Cool. Okay. Aber so, war das so ein Ding bei dir irgendwie, dass du von unterwegs arbeiten konntest oder ist das jetzt durch diese Sprechersache vor allem so? Das ist jetzt durch die Sprechersache erst ins Bewusstsein gekommen. Absolut. Das ist halt die mögliche. Ich meine mit Vertrieb und E-Mails schreiben und so, das habe ich dann schon länger gemacht und der ganze Marketingaspekt, da bin ich halt schon super drin. Also da habe ich schon immer von überall aus arbeiten können. Aber aufnehmen an sich ist was Neues jetzt. Was hast du jetzt für einen Tipp für die Leute, die zuschauen, die sowas selber vielleicht machen wollen oder noch nicht gemacht haben, zum Thema von dieser Akquise? Weil du hast ja jetzt sehr schnell Zusagen bekommen. Ja. Was hast du jetzt für so einen Tipp für so Leute? Ein System schaffen. Also ein System ist glaube ich sehr wichtig. Macht euch eine Übersicht, macht euch eine Tabelle zum Beispiel, teilt das auf in Name, Buchname, E-Mail, Telefonnummer und ganz links nochmal, wo ihr abhacken könnt oder wo eine Farbe markiert, wenn ihr angeschrieben habt. Dann für weitere anschreiben noch eine neue Farbe. Dann für hat sich gemeldet nochmal eine andere Farbe. Also wirklich dann ein System schaffen, dass ihr mal einen geilen Überblick habt, wo stehe ich bei wem, was hat wer geantwortet. Ich mache da auch so ein Stichwort dazu, will sich noch melden oder will mit dem Verlag abklären oder habe ich jetzt einfach, das geht super easy. Kannst du auf dem Handy, auf dem PC, überall über die Cloud einfach machen. Und ja, wenn man das erstmal sich daran gewöhnt hat, funktioniert das einfach mega geil. Dann hast du echt mal einen super Überblick. Ja. Und das empfehle ich auch genauso. Ja. Also wir haben in unserem Folgetraining, da geben wir auch so eine Tabelle eben mit, wo man halt so eine komplette Übersicht dann quasi hat. Komplette Zielgruppen recherchieren kann, auch für VoiceOver übrigens. Da geht das übrigens genauso. Also da kann man genauso Leute anschreiben und genauso. Sich Aufträge eben ranholen. Aber das ist ein sehr, sehr guter Tipp, einfach System zu schaffen. Das heißt, du schreibst dir dann auch auf, okay, ich will jetzt irgendwie 100 Leute anschreiben und dann recherchierst du die alle raus, schreibst die alle an oder wie genau läuft es bei dir? Ähm, ich mache einfach so viel, wie ich schaffe. Also ich setze mich dann abends zum Beispiel hin und sage mir einfach, okay, jetzt habe ich noch eine Stunde Zeit, bis ich den nächsten Termin habe oder bis ich einfach Fan gehen will oder so. Und dann einfach eine Stunde lang ohne Ende, ohne Pause recherchieren, recherchieren, recherchieren. Nebenbei gucke ich und was cool ist vielleicht bei YouTube oder so. Super entspannt. Und dann kannst du da quasi auch hier wieder von überall arbeiten, ne? Natürlich. Um ihn anzuschreiben oder so. Das ist ja kein Hexenwerk. Nö, überhaupt nicht. Was benutzt du jetzt für ein Mikro? Wir haben jetzt hier solche Schuhe SM7Bs, weil wenn du jetzt schon länger ein Studio hast. Ähm, ich habe im Studio viel mit Röde gearbeitet. Röde NT1A. Und teilweise auch NT2A. Einer der Ersten, der Röde richtig ausspricht. Ich sage immer Röde. Röde NT1A, weil es irgendwie jeder macht. Oder Röde sagen auch manche. Das ist falsch. Röde ist richtig, ja. Aber die Firma kommt aus Schweden, glaube ich, oder Finnland? Dänemark. Dänemark, nicht. Irgendwie sowas. Ich wusste, was Skandinavien wusste ich irgendwie sowas. Irgendwie sowas da oben. Ja. Genau, aber das ist auf der Wishlist ganz oben. Das SM7B ist ein super, super geiles Mikrofon. Es gibt jetzt aber auch ein neues, das SM7DB. Oh. Mit Vorverstärker drin und so. Also es ist schon echt cool. Das heißt, man muss gar nicht mehr. Das ist jetzt für alle, die sich so ein bisschen damit auskennen. Normalerweise braucht man für die Mikros ein bisschen mehr Saft. Ja, stimmt. Und deswegen haben wir einen sogenannten Cloud-Lifter angeschlossen. Leute, wenn ihr davon keinen Plan habt, macht euch keinen Stress. Wir erklären sowas alles. Für beide Mikrofone. Und haben dadurch quasi einfach diesen schönen, wunderbaren, super kernigen Sound. Und bei den neuen ist das schon drin. Cool. Und das ist halt super, super geil. Okay, cool. Das ist auf jeden Fall das jeden Pfennig wert, würde ich sagen. Cool. Ja, aber für den Anfang empfehlen wir immer einen Röde NT1-A. Weil man dadurch halt dann immer, ja, einfach die Möglichkeit hat, quasi ganz entspannt für kleines Geld super Aufnahmen zu machen. Ey, mega. Röde, wolltest du sagen, du hast auch eine NT1, ne? Genau, ja. Ich habe auch im Studio, in einem anderen Tonstudio auch viel mit dem NT2-A gearbeitet. Da kann man auch nochmal so ein bisschen verschiedene Frequenzen, dB-Killer, minus 9 dB einstellen und so, Lautness oder so, was wie das alles heißt. Das macht aber nicht ganz so glaskleire Aufnahmen, fand ich immer. Also das NT1-A ist wirklich allrounder und wirklich arschgeil. Für alles, gell? Und das ist auch wirklich eins der meistverkauftesten und beliebtesten Mikrofone, die es überhaupt gibt. Also egal, wo man guckt, überall Platz 1. Ich mache meine Aufnahmen bis heute damit und das ist wirklich super geil. Jetzt lass uns mal von dem Hörbuchthema kurz weggehen in Richtung Voice-Over. Du hast vorhin gesagt, du hast über eine der Plattformen eine Zusage bekommen für irgendwas. Was darfst du da einsprechen? Ich darf verschiedene Podcast-Intros und sogar auch teilweise Folgen, ganze Folgen einsprechen. Das heißt, so richtige Podcasts, so 10, 20 Minuten Dinger, oder was? Genau, so 15 Minuten, 8 Stück. Okay, und worum geht es da thematisch? Um alles, was ich will. Das ist tatsächlich ein ganz witziger Auftrag. Das ist relativ frei. Also es geht einfach darum, dass ich, ich darf das Intro einsprechen, die Musik wird von denen untergelegt. Und dann soll ich einfach 10, 15 Minuten über ein Thema sprechen, was ich spannend finde. Und dann laden die das hoch als Podcast-Folge. Richtig. Okay, kann man auch mal, da merkt man wieder, es gibt die wildesten Sachen, die man irgendwie einsprechen kann. Kann das noch nicht sowas? Nö, also ich glaube, sowas hatte ich noch nicht, dass die irgendwie sagen, hey, hier, du bist frei. Da kannst du dir eigentlich mit irgendeiner KI einen Text schreiben lassen und dann einfach vorlesen quasi. Aber Menschen mögen Menschlichkeit. Richtig. Nichtsdestotrotz, also nicht, dass du das sprechen lässt quasi von der KI, sondern, dass du das schreiben lässt und dann selber einsprichst. Ja, das geht auch. Das wäre ja super easy eigentlich. Klar. Und dann hast du da einfach so Dinger, kannst dir ein bisschen Content rausballern und redest da mal über Delfine, da über Quallen und hier über eine Wüste. Genau. Also geht ja alles irgendwie. Ja. Cool. Alles klar. Ich denke, du hast jetzt schon eine ganze Menge erzählt, wie es dazu gekommen ist. Wie lief jetzt das Training für dich ab? Weil du hast jetzt vorhin gesagt, du hast jetzt nicht alles irgendwie total krass durchgearbeitet, weil natürlich hattest du Vorerfahrung. Ja. Deswegen ging das bei dir auch sehr, sehr schnell. Ja. Natürlich haben wir einige Leute, die kommen rein, die haben schon ein bisschen Erfahrung sammeln können. Die meisten sind Quereinsteiger und die lernen dann die Sprechtechnik, die Aufnahmen, die Kundengewinnung, das läuft dann auch. Andere bringen das schon mit und dann brauchen die halt zwei Monate weniger. Ja, klar. Womit hast du dich jetzt bei uns im Training dann besonders beschäftigt? Sprechtechnik und Vertrieb. Das waren die Hauptpunkte, das habe ich auch zum Tom direkt gesagt. Also ich habe ihm auch im Bewährungsspräch schon gesagt, ey Tom, Recording etc., ich brauche da keine Nachhilfe, das kann ich. Was ich brauche oder brauchte, war wirklich dieser Schlüssel für das Schloss, wie komme ich an Aufträge. Also wie komme ich dahin, dass ich die Stimme an den Mann kriege, auf Deutsch gesagt. Also wirklich, ja, einmal das und natürlich aber auch das professionelle Sprechen, Stichwort Zäsuren und Stichwort allgemeine Betonungen, Stichwort Atmung. Das ist was ganz anderes, die Atemtechnik zum Beispiel, als wie beim Singen. Beim Singen gibt es da völlig andere Parameter, wie du atmest, wie tief du atmest, wie du das Zwerchfell einsetzt etc. Das war schon nochmal wirklich auch ganz neu. Also es gibt viele Überschneidungen, genauso viele aber auch nicht. Also es war wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, Gold wert, das alles nochmal zu lernen. Also wenn ich jetzt mal vorlese, ich lese ab und zu abends nochmal irgendwie so ein bisschen was vor, dann sagen meine Familie oder meine Freundin auch explizit, ey, das klingt echt ganz anders als noch vor ein paar Wochen. So das ist richtig professionell geworden, das Sprechen, also einfach rein von der Betonung. Wie gesagt, man merkt es auch bei dir, also wenn du redest, dann das klingt einfach schön clean. Das kommt wahrscheinlich auch von der Moderationsarbeit, das sollte da auch schon viel mitartigungslos und du kommst aus dem Raum, zwar nicht ursprünglich, aber lebst da schon lange, Hannover. Ja. Wodurch halt, also Hochdeutsch ist ja da normal. Ist da zu Hause im Grunde, ja. Genau. Okay. Was hat deine Family gesagt, weil du eben gesagt hast, hey, deine Family hört ja auch mal zu. Was haben die gesagt jetzt, wo du gesagt hast, hey, hier, ich mach irgendwie einen Hunde-Wahrtgeber. Cool. Sehr, sehr cool. Erstmal gratuliert natürlich, weil natürlich ist immer auch eine gewisse Grundskepsis von außen da gewesen, was nachvollziehbar ist. Man ist natürlich erstmal, wenn einem jemand sagt, hier, ich mach aus dir einen Sprecher und du kannst dann damit Geld verdienen, da ist eine Grundskepsis da. Nochmal ein anderer junger Typ, der herkommt und sagt, hey, hier, gib mir Geld und ich zeig dir, wie du Geld machen kannst. Genau, genau. Mit mir wirst du reich. Aber, ja, die hatte ich persönlich gar nicht, weil, wie gesagt, da war ein Grundvertrauen da und weil ich Menschenkenntnis habe. Meine Family war da eher so ein bisschen, ja, mal gucken, mal abwarten, wir lassen den mal machen und was auch so wird, weiß ich jetzt nicht. Jetzt ist das Gegenteil bewiesen. So, nach nicht mal zwei Wochen sitze ich heute hier in Worms und erzähle von den ersten Aufträgen, was cool ist, ultra cool ist. Ich bin einfach echt auch ultra beflügelt dadurch. Also, das ist halt einfach auch eine tolle Bestätigung. Ähm, ja, die Skepsis ist mittlerweile fast verflogen, würde ich sagen, bei allen. Bei ein paar ist sie noch ein bisschen da. Das ist, glaube ich, normal. Das zeigt sich auch erst in der langfristigen Wirkung dann, ne? Aber, aber auf jeden Fall ist es ziemlich, ziemlich cool und, ähm, der Support war wirklich auch von Anfang an da. Also, vor allem in diesem Ding, mach, was du denkst, ne? Du bist jung, tu es. Einfach mach es und genau da höre ich auch drauf, mein Herz und es war die richtige Entscheidung. Definitiv. Super. Cool, okay. Okay, ähm, nochmal ganz kurz zu dem Sprechthema. Das heißt, du hast quasi dann diese, diese Aufnahmen gemacht. Das war vorher wahrscheinlich ungewohnt für dich, jetzt so Texte vorzulesen, oder? Ja, ja, genau. Voll. Wie war das dann für dich, zum ersten Mal auf Kommando einen Text vorzulesen? Weil als Moderator bist du ja der Improvisationskünstler, so wie wir es ja gerade eben auch machen. Das heißt, ich rede mit dir, ich überlege mir beim Reden eine Frage, rede in die Kamera, die Leute hören sich das an. Das muss ja laufen. Beim Sprechen kriegst du ja einen Text vorgegeben. Ja. Authentizität ist auch da sehr, sehr wichtig. Wie hast du das für dich gelöst? Gute Frage. Ähm, ja genau. Moderieren ist halt wirklich auch oft eine Vorgabe. Also du musst auch dich grob an ein Skript halten. Nicht immer, aber bei vielen Drehs war das so. Ähm, beim Sprechen hast du ja wirklich einen fixen Text. Hast du recht. Ähm, ungewohnt tatsächlich. Also viele Fehler am Anfang gemacht tatsächlich. Viele, ähm, Momente, wo man einfach dachte, okay, krass, wenn ich so jetzt irgendwie mal, äh, in dem vorgelesen habe, aus Spaß mal, ey komm, ich lese dir mal was vor. Dann war das immer echt kein Ding. Da verliest man sich nicht. Wenn du Kopfhörer auf hast, Mikrofon vor dir, Bildschirm, Text, du weißt, das hört jemand, der das Buch vielleicht sogar geschrieben hat und der über mehrere Jahre sein Herz in dieses Buch gesteckt hat, was ein Autor tut in der Regel. Dann ist das eine andere Erwartungshaltung an dich selber auch. Und dann sagst du halt auch wirklich, okay, das muss jetzt geil sein und Mist, warum schaffe ich das gerade nicht, ne? Und Mist, ich gucke mir nochmal die Lektion an am besten, damit ich gerade nochmal hier dieses Learning habe oder so. Das war neu und, ähm, ja, es ist alles Schlagzeil. Du musst einfach immer und immer und immer wieder machen und beim Verkacken immer einfach direkt nochmal. Also ich bin generell so ein Typ, wenn ich irgendwas nicht schaffe im Leben, immer einfach direkt nochmal. Direkt nochmal. Ich habe früher als Barkeeper gearbeitet, das Prinzip ist da dasselbe, ne? Wenn du Tricks lernen willst und was Cooles werfen, das ist echt Übung. Das Balancieren vom Shaker oder so. Und, ähm, wenn ich da Leute eingearbeitet habe, habe ich immer gesagt, ey, dir ist gerade ein Glas hochgegangen, mach das gleiche direkt nochmal. Nicht damit beschäftigen, wie scheiße das jetzt ist, das Glas kaputt ist. Nicht damit beschäftigen, dass jetzt irgendwann sauer ist. Ich bin nicht sauer, es gehört dazu, Fehlerquote erhöhen, ist gleich, mehr Erfolg. Ist so. Naturgesetz. Und deswegen einfach direkt nochmal. Und das Prinzip lebe ich, auch in der Musik und, ähm, in allem, was ich tue. Genau. Und ich glaube, das ist ein wunderbarer Abschluss zu diesem Interview. Du hast auf jeden Fall ganz, ganz viel dargelegt, wie es jetzt eben auch sehr schnell eben dann bei dir dazu gekommen ist, dass du die ersten Aufträge bekommen und damit auch das erste Geld verdient hast. Du hast natürlich auch ein bisschen was mitgebracht, das muss man mir dazu sagen. Das heißt, jeder von euch, der jetzt zuschaut und das eben sieht und selber schon, keine Ahnung, zwei Monate bei uns dabei ist und noch nicht seinen ersten Hörbuchauftrag hat. Ihr seid super in der Zeit, ja, also es ist alles gut, macht euch ja gar keinen Stress. Äh, man kann dich da als Inspiration nehmen, dass wenn man die Akquise macht und sie durchzieht, so wie wir das eben erklären, dann funktioniert das auch sehr, sehr gut. Danke. Wo darf die Reise jetzt für dich hingehen? Also, was wünschst du dir? Ähm, genau so weiter. Also, äh, die Akquise betreibe ich zurzeit wirklich in einem Maße, die, äh, extrem krass ist. Also, äh, ich weiß nicht, ob ich eine Zahl sagen darf pro Tag, was ich zurzeit mache. Klar. Ich schreibe derzeit tatsächlich bis zu 40 Autoren pro Tag an. Ja, was sehr, sehr vorbildlich ist. Seit fünf Tagen, ne? Also, das sind in fünf Tagen, fünf mal 40, ne? Ich kann zwar nicht rechnen, aber das kriege ich gerade so noch hin. 200? Ja, genau. Äh, ist schon echt eine ganze Menge. Und, ähm, das will ich erst mal einfach auch wirklich so weiterfahren. Ich meine, falls es mal einfach nur 20 oder mal nur 15 oder auch mal wieder 30, es geht einfach darum, wirklich so viel, wie es geht, ähm, weiterzumachen, ne? Dazu kommen natürlich auch dieses Jahr weitere Songs von mir raus und das Café muss auch irgendwie noch geführt werden. Also, einfach genauso, wie es gerade ist, darf es gerne weitergehen. Ähm, ich freue mich auf alles, was kommt und natürlich, äh, allen voran auf die ersten Veröffentlichungen dann tatsächlich auch von den Hörbüchern. Ja. War super cool für das Gefühl. Ähm, und ich hab tiefer Spaß daran, dass das alles parallel auch so zu schaukeln und aufzubauen. Das macht ultra Bock. Das ist richtig geil. Das erste Hörbuch, was rauskommt, ist, äh, also ein super krasses Gefühl. Da kriegst du eine E-Mail mit, your audiobook is now live, äh, und dann siehst du das auf Audible und, äh, BookBeat und wo auch immer man das quasi veröffentlichen kann. Ja, cool. Äh, da wünsche ich dir auf jeden Fall, ja, ganz viel Spaß, das dann auch, äh, den Leuten eben so zu vermitteln. Und wer weiß, bis das Interview draußen ist, ihr könnt gerne mal nachschauen, vielleicht ist ja bis dahin schon ein Hörbuch draußen. Falls nicht, dann wartet noch ein bisschen, weil das braucht manchmal gerade bei Audible auch ein bisschen Zeit. Du veröffentlichst dann auch unter deinem echten Namen? Ja, auf jeden Fall. Also kein Künstlername? Nein, auf jeden Fall unter Julius Fehendrich. Und Fehendrich müsst ihr auch hier wieder richtig schreiben, ne, das heißt, achtet da drauf, damit ihr ihn dann auch wirklich findet. Dann könnt ihr euch mal anhören, was er da eingesprochen hat. Genau. In dem Sinne, Julius, schön, dass du da warst. Ja, danke schön. Danke schön für die Insights. Danke für, äh, jetzt auch die Tipps für die ganzen Teilnehmer, wie du das eben gemacht hast. Gerne. Ich denke, was die, äh, Kundengewinnung da angeht bei dir, kann sich, äh, der ein oder andere auf jeden Fall eine Scheibe abschneiden. Und, ja, wenn ihr selber jetzt zuschaut, selber noch keine Sprecher seid und Lust habt, Sprecher zu werden, dann, Julius, wo dürfen sich die Leute melden? Hier, bei Patrick, bei der Golden Boys Academy, auf der Webseite natürlich, auf der, äh, Instagram-Seite. Ja, goldenboysacademy.de. Ja, genau, richtig. Tragt euch ein. Und in dem Sinne, wie gesagt, Julius, schön, dass du da warst. Macht's gut und viel Spaß beim Ansehen weiterer Videos. Vielen, vielen Dank, dass das Jahr sein durfte. Sehr gerne.